Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Inbalz Zero. Gerne möchte ich heute eine Legung für dich machen. Und zwar möchte ich schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze dann hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen. Okay? Schauen wir mal. Beginnen wir mit deiner intuitiven Message Krebs. Jetzt, ich sehe die Amish-Bevölkerung. Amish, A-M-I-S-H, das ist diese Gruppierung in den USA, die sehr volkstümlich lebt. Die leben in der Vergangenheit. Frauen mit Röcken und alle mit der gleichen Frisur leben ziemlich bio. Ziemlich altertümlich leben die da. Und es ist ziemlich interessant, oder was mir jetzt in den Sinn kommt. Ich war vor vier, fünf Jahren war ich zuletzt in New York. Und es ist ziemlich interessant da im, wo war das? Meatpack District? Meatpacking District? So, Soho, also im Grunde ein sehr, ist ein Stadtteil, der sehr, sehr, sehr populär ist, sehr fortschrittlich ist, ja. Die IT-Leute sind da, leben da und es ist eine Hipster-Gegend auch ein bisschen, ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Und ich weiß noch, wie sehr ich darüber gestaunt habe, da ein Amish-Laden zu sehen. Ein Lebensmittelladen von den Amish. Und ich habe da Amish-Leute gesehen, die da rein und raus gehen. Also da haben, oder diese Bevölkerung hat die eigene Identität sozusagen bewahrt. Was du sehen wirst, Krebs, jetzt in nächster Zeit, ist, wie alles um dich herum ein bisschen dreckig geworden ist. Du dich selbst aber bewahrt hast. Es ist nicht sehr einfach, ja, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben und gemäß den eigenen Prinzipien Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht einfach. Wie eine Bauchtänzerin da, je nach Lust und Laune oder sich Situationen anzupassen. Das können alle. Es gibt Menschen, die mal so sind, mal so, mal so, mal so. Aber so bleiben, wie du bist. Und Entscheidungen zu treffen und, wenn es sein muss, auch Chancen zu verpassen. Das ist nicht einfach. Und du wirst jetzt in nächster Zeit sehen, wie richtig du gehandelt hast. Wie richtig du entschieden hast. Wie richtig es war, deinen Prinzipien treu zu bleiben. Du wirst vor allem auch, das ist auch interessant, Du wirst sehen, wie sich auch gewisse Menschen, gewisse Umstände sich verbessert haben. Ganz einfach, weil du dich nicht verbiegen liest. Ja. Du bliebst damals dabei, du hattest deine Prinzipien und hast dich nicht davon abbringen lassen. Und das hat dann gewisse Leute zum Nachdenken gebracht und dazu gebracht, an sich selbst zu arbeiten. Weil ansonsten war da keine Chance. Ja, du bliebst deinen Prinzipien treu. Okay, Krebses sind viel sturer, als man denkt. Ich als Stier habe ein Vorurteil diesbezüglich. Ja, an mir haftet ein Vorurteil. Aber du, Krebs, du bist auch ziemlich stur. Du bist auch ziemlich stur. Der Narr umgekehrt. Da gibt es nichts dran zu beschönigen. Ich muss hier ja nicht von Einhörnern mit Regenbogenfürzen oder Ähnliches erzählen. Der Narr umgekehrt steht einzig und allein für einen Dummkopf. Dummkopf. Die Karte heißt der Dummkopf. Der Fuhl. Und umgekehrt, ja. Positiv betrachtet, aufrecht betrachtet, ist das etwas Schönes, wenn man da mit reinem Herzen, reinem Kopf, jetzt so euphemistisch gesagt, da voranspringt. Aber umgekehrt bedeutet die Narrkarte Dummkopf. Dummkopf. Nee, das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich sage es dir ganz ehrlich. Wenn du es wärst, ich würde es dir sagen. Ja, du kannst meine vorherigen Legungen anschauen. Ja, da habe ich kein Problem damit. Das bist nicht du. Das ist eine Person, die sich sagt, ich war ein Dummkopf. Ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Königin der Kirche. Ja, das ist deine Energie. Königin der Kirche. Oder du hast damals an deinen Prinzipien festgehalten. Da war in Bezug auf deine emotionale Welt, in Bezug auf das, was du über die emotionale Welt denkst, gab es da gewisse Prinzipien bei dir. Wie sollte eine Freundschaft sein? Wie sollte eine Liebesbeziehung sein? Wie sollte man zueinander stehen? Was ist das Geben und Nehmen? Was muss alles stimmen? Oder dass in diesen Bereichen hattest du gewisse Definitionen, dass die Königin der Kirche, die hat eine ausgereifte Meinung darüber, wie eine emotionale Verbindung sein sollte. Und hier ist dir jemand ziemlich blöd gekommen in der Vergangenheit Krebs. Man sieht es auch bildlich. Der Narr, der hier auf eine Königin der Kirche hier springt. Wenn das hier passiert wäre, der Narr aufrecht in der Energie von einer anderen Person und du als Königin der Kirche, dann wäre hier jemand offen gewesen für deine emotionalen Überzeugungen und hätte diese angenommen, mit offener Brust angenommen. Aber nicht, hier hat sich jemand wie ein Dummkopf benommen. Ich kann es nicht schönreden, ganz egal, wie ich es drehe und wende und wortwörtlich. Schauen wir mal. Der Hierophant, das sind deine Prinzipien. Ja, ja. Und eben, der Hierophant ist hier stellvertretend für das Höchste, an das du glaubst. Ja, du hattest hier zum Beispiel jemanden vor dir stehen, der was Dummes mal gesagt hat, ja, etwas gesagt hat, das man so nicht sagen sollte, wo du dann gesagt hast, ey, warte mal, das, oder das Hohle da, das ich sehe, diese höchste Form von Liebe, die ich mir vorstelle, ja, beinhaltet nicht solche dummen Sprüche. Okay, okay, das ist das stellvertretend für das, was du dir erträumst, der Hierophant hier. Und was hier passiert ist, Krebs, dass hier, ja, du standest bereits hier bei diesen Prinzipien und hier gesellt sich nun jemand zu deinen Prinzipien. Okay. So wie es aussieht, wurde dieser Mensch in der Vergangenheit, siehst du hier die Sonne, dieser Mensch wurde hier in der Vergangenheit von falschen Erleuchtungen, Überzeugungen geleitet, weil die Sonne ist dieser, ah, Moment, ja, und irgendwie, irgendwo hat dieser Mensch in irgendwelchen falschen Freundschaften, in irgendwelchen falschen Beziehungen aufgeschnappt, ah, ich muss ab und zu dumme Sprüche bringen, ja, so läuft es dann gut. Das ist eben falsch gewesen, das war dummköpfig, ja. Hier kommt die richtige Sonne, hier kommt die richtige Erleuchtung, hier ist jemandem jetzt endlich etwas wirklich klar geworden. Das Richtige ist jemandem hier klar geworden. Das ist seit, äh, letzten Sommer. Ja. Seit Sommer 2022 fing es da an zu rattern bei jemandem. Da sind gewisse Dinge im Leben von diesem Menschen passiert, die ihn, sie, äh, jetzt zu dieser Erleuchtung hier bringen. Ja, da fing es an mit den Umständen, mit den Vorkommnissen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Mensch hier nochmals über seine, ihre Prinzipien nachdenken musste. Warte, okay. Vier der Stäbe. Ja, ja. Ah, drei der Kirche. Feierlaune hier. Ja, ja. Hier wird, ähm, oder man hat hier zwei der Stäbe hier, zwei der Stäbe hier. Zwei der Stäbe ist die Karte, wo man in die Zukunft schaut. Ja, schau, so hast du den Mittelfinger damals gezeigt. Ähm, ja, ja. Zwei der Stäbe ist die Karte, wo man in Richtung Zukunft schaut und, und sich über, äh, ich habe hier Deckkarte, habe ich hier noch drin. Ne, da ist nichts für dich. Ähm, wo, wo man, wo man in die Zukunft schaut und ganz konkret oder sich vorstellt, wie genau es sein soll. Warte, 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 warte. Na, ich nehme mir die Zeit. Hier. Wo bin ich? Hier. Das zweite Stäbe. Zwei der Stäbe hier ist nicht, äh, soll ich nach Mallorca oder Italien oder, oder soll ich, soll ich lieber weiter weg nach Thailand oder so. das wäre sieben der Kelche. Zwei der Stäbe ist, ich gehe nach Italien. Welche Autobahn soll ich benutzen? Ich benutze diese Autobahn. Soll ich mit Auto oder Zug? Ich gehe mit dem Zug. Ich verzichte auf die Autobahn. Zwei der Stäbe ist das. Zwei der Stäbe. Wollen wir mal schauen, wohin das Ganze führt? Jetzt in Liebesbeziehungen? Nein. Wollen wir mal schauen, wohin das Ganze führt? Ist sieben der Kelche. Mal schauen, wohin das führt? Zwei der Stäbe ist, okay, ich möchte bis dann und dann Dating und dann möchte ich das und dann in der achten Woche erwarte ich das und das und das und dann erwarte ich, dass dieser Mensch in einem Jahr das und das und das weiss und dass wir dann in drei Jahren an diesem Punkt stehen. Du hattest da ganz konkrete Vorstellungen davon, wie genau das Ganze ablaufen muss und zum Beispiel auch, was für Gespräche geführt werden müssen, was gesagt werden darf, was nicht gesagt werden darf. Ja, nichts damit, ah, dieser Mensch hat Ecken und Kanten. Nee, nee. So muss dieser Mensch sein. So muss dieser Mensch sein. So muss dieser Mensch sein. Und dabei ging es dir, oder nee, das ist nichts Schlimmes, Krebs. Es geht dir nicht um Charaktereigenschaften, es geht dir um Verhaltensweisen. Okay? Um Verhaltensweisen gegenüber dir, die hier dem Höheren zwischen euch beiden dienen soll. Und schau mal, zwei der Stäbe hier, zwei der Stäbe hier. Es kommt hier der Punkt, wo ihr euch in der Mitte trefft. Da hat jemand diesen Moment, diese Erleuchtung sozusagen. Die Sonnenkarte hat sich vorhin gezeigt, die dann hier für diese sonnige Umgebung und für diese Feierlaune hier sorgt. Du hast hier schon bald etwas zu feiern. Krebs. Die zwei der Kirche sind hier bereits geschehen, liebe Leute. Ihr habt Gefühle füreinander. Das ist schon so. Nur die Früchte werden erst jetzt geerntet. Man sieht hier Kürbisse und Trauben und all das, oder? Das ist so die Ernte dieser Früchte aus diesen zwei der Kirchen. Daraus, dass zwei Menschen zueinander gefunden haben. Und die Früchte werden jetzt hier geerntet. Krebs. Okay? Ich habe wieder die Kristallkugelkarten dabei, für jene, die eine Frage stellen wollen. Warte, warte, warte. Wo habe ich die? Hier. Kristallkugelkarten. Das ist ja ein Liebesorangel. Kannst eine Frage stellen und dann beantworte ich dir deine Frage. Ja, ich ziehe für Gruppe 1, 2, 3 und dann wird dir bei der Gruppe, die du ausgewählt hast, wird dir deine Frage beantwortet. Kannst auch drei Fragen stellen, wenn du willst. Ich ziehe drei Karten. Okay? Ich werde hier schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.